Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2. In Folge 46 müssen wir leider am letzten Checkpoint fortsetzen, denn wir sind in der letzten Folge allesamt gestorben, gefressen von bösen Tentakeln. Falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, dann guckt euch einfach die letzte Folge an, da ist alles bestens erklärt. Aufgezeigt. Vorsicht. Oh, zu weit. Nein. Ja, genau die meinen wir. Okay, komm, lass es zurück. Da kam noch was. Timo, komm. Warte, da ist noch... Warte, 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 bleib da. Die Kiste ist noch da. Ich seh mich gar nicht, da bin ich. Rechts steht auch noch eine Kiste. Okay, dann machen wir das jetzt so. Die frisst er gleich. Nein, die frisst er nicht. Du bist ein braves Monster. Du bist ein braves Deckenmonster, ne? Bist du, ja, so. Ah, du verdammtes. So, und rauf. Timo, lauf, lauf, lauf. Ja, nach rechts. Warte, ich hol euch wieder. Okay, Johann. Jetzt liegt's an dir, lauf. Lauf, Johann. Du kommst nicht hoch, oder? Ich komm. Doch. Verdammt. Okay, warte. Kannst du kissen? Ja, oder ich mach's eine Planke. Ja, ein Zauberer weiß nicht zu helfen. Jupp. Ah, lame. Okay, ich hol nur Timo wieder. Das geht nicht. Schätzen, dass ich das... Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Oh, ihr müsst ohne mich weiter. Ja, komm, sonst... Oh, okay, das war nicht so gut. Huah. Feuer. Ist hier noch was über uns eigentlich? Vielleicht. Möglicherweise. Aber ich glaub, da waren in der letzten Folge ein paar Weils. Aber die hast du schon runtergeschossen. Ach so, okay. Aber sicher ist sich. Okay, wir gucken nochmal. Irgendwann. Willst du uns hochwerfen, Timo? Ja, wirf uns mal hoch. No, no, mehr ist da nicht. Gut. Achtung, nicht zu schnell. Zauberer rot. Fassend. Okay. Warte, ich halt das vor und ihr schießt. Wenn es weg ist. Okay, jetzt. Los geht's. Was haben wir denn hier? Ihhh, Säure. Immer alles erstmal anschießen. Oh, da ist ein Hebel. Okay, lass erstmal die Weils holen. Wieso ist ein Hebel in seinen Magen? Oh Gott. Hä, kommen da jetzt gerade ernsthaft Mumien raus? Ja. Hat einen gesunden Appetit. Was? Von links kommt auch noch was. Die können sogar werfen. Die sind am Mittlerenkampf. Soll ich mal ein... Ja, hatten die ja davor auch gemacht. Ne, wir haben hier schon einmal verschötet. Ja. Oha, teamwork. So. Da werden die säuern sollen. Moment. Lass erstmal die Weils holen. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Merci. Und hier auch. Merci. Schieß drauf. Säßtisch geht. Oha, ganz fehl zum Kapottmachen. Oh, weiter geht's. Äh... Ih, ich fall runter. Wow. Was haben wir denn hier? Okay, Leute, fallt da lieber nicht runter. Wo bin ich? Warte. Äh, wo bin ich? Und er fiel runter. Wieso bin ich runtergefallen? Weil es glitschig war. Oh. Johann, du musst die Weils holen. Das fällt gleich durch. Oder? Die Kiste ist durchgefallen. Okay. Sonst guck... Ach, da bin ich nicht. Drück nochmal... Sonst drück auf Start, Alex. Nein. Oh, wie geil. Guck mal. Was macht das? Licht. Aha. Ich muss das hier auch wackeln lassen. Und den hier dann auch so. Und dann beleuchtet er den. Guck mal, mach mal Licht. Habt ihr bemerkt, dass wir uns bewegen? Der Wurm ist auf dem Weg irgendwo hin. Oh, oh. Ja, 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 okay. Reicht schon. Jetzt? Okay. Jetzt ist hier gleich Licht. Dann können wir sehen, wie wir da nach links kommen. Wow, okay. Ohne zu sterben. Verdammt. Nein, es hat doch noch kein Licht. Wieso hat das kein Licht? Ich weiß es nicht. Halt nochmal ran. Soosch. Magic. Okay, wie kommt man da hin? Planke. Boah, ist das abartig hier. Ach so. Los, Planke. Okay, er bewegt sich. Planke. Schwerkraftfeld, bitte. Ist die nicht lang genug? Ich glaub' ihn nicht. Ich glaub' schon. Nein. Zieht er wieder die Planke weg? Ich hab' sie nicht weggezogen, du Komiker. Doch, genau das hast du getan. Nein. Doch. Nein, das glaub' ich. Oben ist noch eine. Über Timo. Oh, 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 oh. Ich sterbe, Klaus. Nein. Nein. Lass mich nicht sterben. Oh, komm schon. Geschafft. Sehr gut. Ich glaub' das wär's. Das schafft ihr. Stirbt man da unten rechts wirklich? Ja. Okay. Wenn das ist, ist es mir passiert. Dann weiter going. Ich könnte das mit deinem Feuerfall versehen. Wieso leuchtest du nicht? Hey, warte, warte, warte. So, jetzt halt das hin. So, gut. Timo, werf mal mit'n Hammer dagegen, oder? Genau. Sehr gut. Geht doch. Okay. So, jetzt brauchen wir wieder. Immer mit der Ruhe. Okay. Das ist gut. Timo. Oder Alex. Oh, nöhn. Wie konnte das denn passieren? Kommt man doch nicht so schon hoch? Nein! Mord again! Beinahe hätte ich dich gehabt. Das mit dem Licht ist ja echt ein lustiges Element hier auch wieder. Was haben wir denn hier schönes? Klopp! Kommen wir hier ein Plop? Ja, ein Plower. Warte, ich hab ne Idee. Geht er weg. Dafür ist das Ei hier da. Wofür? Zum Ploppen. Warum? Wir sind zu dritt, das ist kein Problem. Wohin sollen wir das denn ploppen? Oh. Ich bin schon wieder down. Verdammt. Hm. Okay. Da war wohl rechts der Boden zu Ende. Sorry. Kann passieren, ist ja auf jeden Fall eine Idee. Fuck, Feuerpfeiler. Oh man. Das hast du verdient. Okay. So, konzentrieren jetzt. Ganz konzentrieren. Also hier rechts ist der Boden zu Ende. Okay. Wow. Wie hoch bist du denn da gerade geschossen? Ich weiß es nicht. Ich glaub das war Timos Verdienst. Wohu. Da werden zwei hier raufspringen. Geil. Okay, komm. Du. Das war diesmal. Oh. Shit. Leute, das ist doch nicht wahr. Ist das gut. Okay. Den müssen wir jetzt aber mit dieser komischen Kugel füttern und dann stirbt er. Bist du sicher? Ja. Gut. Also wir verfüttern ihn an ihn selbst. Ne, diese Kugel da oben. Achso, so meinst du ja, den Wurm an sich selber. Und dann stirbt er da dran. Mal sehen. Okay. Ich sag dir das. Ja. Doch nicht. Der will noch mehr. Okay. Das ist Rodstar einfach. Okay, hier geht das noch. Leute, passt auf. Okay, schickt mich hoch. Okay. Jetzt. Ah, komm. Worum denn hin? Soll ich mal... Jetzt. Geschafft. Ich werde ihn jetzt mit Kisten versorgen. Sehr schön. So, Timo? Warte. Ich schieße ihn ab, wenn Timo kommt. Ja, gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Sehr gut. Nice. Oh, wir haben einen Schandwagen. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Schwerkraftfeld? Oh, shit. Ich bist... Oh, verdammt. Ich hab noch oh shit gesagt. Ja, gut. Komm. Da kriegst du eine extra kleine Kiste. Ist da noch was, oder? Ich glaub nicht. Über uns, okay. Es leuchtet zwar komisch. Irgendwas, was Damage macht, ist da über uns. Das ist eine fahrende Plattform offensichtlich. Ja. Ah. Sieht komisch aus. Oh, nein. Stolpert. Kotzt das Ding wieder Säure, oder was ist das? Schieß mal dagegen. Ah, der kommt hier in der Mitte raus. Oh, verdammt. Das hat mich erwischt. Uh, blablabla. Timo ist auch ziemlich nah dran. Was geht denn hier ab, ey? So. Ich glaub, der kann uns nicht beide halten. Komm, wir fahren. Wir stellen uns nach links und dann fährt er nach rechts. Ich sag's dir. Oh, oh. Vorsicht. Einer nach den anderen. Springt auf die... Springt zur Seite. Oben ist noch eine Viola. Ja, komm. Geht erstmal... Gut. Geht erstmal dahin, genau. Zwei Punkte. Ich hoffe, da ist mal ein Check. Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Sie streite aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Angesichts der Gefahr, diese stachlige, stählende Maske aufzusetzen. Gewiss. Wie eine richtige eiserne Jungfrau. Mist. Was zum... Oh, da sind Stacheln. Ah, warte. Ah, danke Timo. Kein Problem. Gut. Wie kommen wir denn da jetzt durch? Das geht nur auf, wenn wir links sind. Ja, geht es auf. Achso, wenn wir näher rangehen, dann geht es zu. Aber jetzt geht es wahrscheinlich slow zu, oder? Mach mal. Teste das mal. Oder halt stellt man das so auf. Ich glaube, das geht nur zu, wenn ihr an diesem Lichtding vorbeikommt. Springen wir rüber, Timo. Oh, ich habe eine Idee. Interessant. Äh, wie setze ich das denn ein? Versuchen mit Kreis. Habe ich gerade. Äh, ah, so. Nein, ich bin durchgekommen. Okay, spring einfach drüber, Timo. Über diesen leuchtenden Punkt, ja. Und durch. Das funktioniert nicht. Wenn du schnell bist, dann kommst du da trotzdem durch. Ach, scheiße. Nein. Siehste, obwohl, pass auf. Ich glaube, da hinten ist wieder so ein Tentakelviech. Ähm. Echt? Möglicherweise. Mach mal eine Standard-Taktik ja mal. Achso, wenn du daneben stehst, komme ich sowieso nicht durch. Ja, geh mal weg. Oder? Ein bisschen weiter weg. Ich glaube, du stehst noch so, dass es so ist. Ah. Jetzt bounce ich. So. Guck, jetzt ist es offen, obwohl ich daneben stehe. Lauf, Timo. Und los. Obwohl, spring nicht. Du darfst nicht so früh springen. Ja, spring erst, wenn du da nah dran bist. Sonst. Nein. Knapp. Okay, ähm. Einmal noch. Versuch mal, der Schwerkraftfeld ein bisschen weiter nach links zu platzen. Nach links. Vielleicht kannst du es auch über das Licht. Nach links. Vielleicht auch über das Licht. Obwohl. Ne, nicht über das. Doch. So. Oh. Perfekt. Das ist gut. Okay. Jetzt lauf, Timo. Okay. Spring ab. Wie soll man denn da vorbeikommen? Es muss doch irgendwas geben. Also, bei mir ist es irgendwie wieder aufgegangen. Okay. Ach so. Ah. Ach so. Weiß nicht. Bei mir ist es zugegangen und dann wieder auf. So, warte. Stell dich mal da hin, Alex. Ist natürlich auch dämlich, wenn du immer durch ein Schwerkraftfeld laufen musst, ne? Ja. Wir können das ja mal ganz weg machen. Lauf mal jetzt. Und dann geht es schneller zu. Das ist, ne. So rum jetzt. Nicht verlangsamt. Das ist schon richtig mit dem Schwerkraftfeld. So. Jetzt ist es verlangsamt, aber du nicht. Das ist gut. Das heißt, du müsstest ja eigentlich jetzt durchkommen können. Wenn es ganz auf ist und dann los. Oh shit. Ne. Tja. Okay, dann hoffen wir, dass die Kamera mir folgt. No. Nein, sie folgt dir. Komm mal her. Wir müssen uns ablösen, damit ich die Kamera kriege. Kommen wir noch näher. Wo bin ich denn jetzt? Du stehst da. Ja, jetzt ist sie bei mir. Gut. Nicht bewegen, Timo. Nicht bewegen. Kamera zu mir. Ja, da ist er. Oh, da bin ich auch. Yeah. Boah. Und dann können wir auch hier Pause machen bei... Ah, hier ist ein... Baby-Blame. Ei, 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 ei. Gute Idee. Dann, ähm... Ja, bis... Boah. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.